Die Kamera läuft, also... Wir befinden uns hier im Hauptquartier von Vice in Williamsburg, Brooklyn, mit Patrick Carter. Da steht, lieber Patrick, du hast lange nichts mehr von mir gehört. Ich hoffe, du kommst uns bald besuchen und dann steht da eine Telefonnummer. Hey, Kamera aus! Macht sie aus! Ich freue mich, so dich zu sehen. Ich freue mich auch. Was soll das hier alles? Oh, ich sag's euch später. Ich würde mir wünschen, dass ihr das von vorhin wieder rausnehmt. Die Schusswaffen sind nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben. Ihr habt das alles selber gebaut? Vater hat eine Vision. Wir haben hier den Himmel auf Erden. Können wir irgendwann mit ihm sprechen? Ich konnte mit Vater sprechen und er wird euch ein Interview geben. Wir sind schwer beeindruckt. Alle, mit denen wir gesprochen haben, haben sowas wie hier immer gesucht und das schreiben sie ihnen zu. Wer zu mir kommt, kriegt einen Platz zum Leben. Ich geb euch einen Job, ich geb euch was zu essen, ein Bett, was immer ihr braucht. Und was immer sie für ihre Leser aufschreiben, vergessen sie nicht, dass sie mit dem Leben dieser Leute spielen. Ich begreife langsam, warum Leute so leben wollen. Es hat was... Hey, Savannah! Ist das für mich? Was ist das? Bitte helft uns. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Bitte, nehmt sie uns mit. Sie wissen nicht, was hier wirklich los ist. Hier passieren üble, grausame Dinge. Vor dem Pavillon hat sich eine Gruppe von Leuten versammelt. Macht euch keine Sorgen, wir hatten seit über einem Jahr keine Besucher mehr und sie sind jetzt einfach total aufgeregt. Hey, Sam! Sam, misch dich da nicht ein! Bitte, nehmt sie mit. Caroline, wo willst du hin? Ich hole Vater! Sie machen den Weißen an! Diese Männer sind zu uns gekommen und haben alles zerstört, wofür wir gearbeitet haben. Wir können sie nicht nach New York zurückgehen lassen. Dann würde ihre Regierung sofort Soldaten schicken, um unsere Häuser niederzunehmen. zu brennen, unsere Kinder zu nehmen und uns alle zu töten. Wartet nicht, bis man euch abknallt. Nehmt euren Trank und legt euch mit eurer Familie zum Sterben. Vater, das ergibt einfach keinen Sinn. Sie werden hierher kommen mit ihren Knarren und Bomben und uns vom Erdboden wischen. Dies ist das letzte Sakrament, Kinder. Keine Ahnung warum, aber sie wollen uns töten. Wir müssen es so machen, als nächstes. Nein, nein, nein! Was hast du gerade getan? Ich bin okay. Was hast du mir gespritzt? Ich lasse nicht zu, dass wir dir was antun. Was sprachst du? Sch, sch, versteckt euch! Trinkt ihn. 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 Trinkt ihn.